Herzlich Willkommen in Kiel. Ich bin Laurent Massé, Chef Patissier Valrhona Deutschland-Österreich. Und ich habe eine Inspiration Challenge gegeben im Chef Team Tigmeyer. Los geht's! Guten Tag Team. Guten Tag Laurent. Was hast du für uns heute vorbereitet? Wir haben eine Torte vorbereitet, ein Passionsfruchtmus, ein Sesamkern und ein Sesamknusperbohnen. Okay, das hört sich ganz gut an. Was hältst du oder wie findest du das Produkt? Ich finde das Produkt sehr gut. Ich fand eine sehr frische Säure. Neue Ideen, sehr interessant. Es ist eine sehr interessante Reihe von Valrhona, weil es neue Türen öffnen, neue Wege und natürlich auch neue Gedankenwege für uns als Patisserie. Ja, einfach neue Möglichkeiten. Es öffnen sich halt neue Wege, also neue Geschmacksbilder, in denen man die Schokolade anders einsetzen kann als früher. Beziehungsweise man kein Fruchttürrier dazunehmen muss. Man direkt halt mit Schokolade und Geschmack in einem arbeiten kann. Tim, vielen Dank. Challenge ist erledigt. Super. Sag, vielen Dank.